von den anepic machen wartet mal ich bin gleich tot einfach kurz warten ich komm gleich nochmal wie soll man denn da gegen das wie soll man denn da hochkommen wieder geht das geht nicht das definitiv was ist das hier für ein raum geil ja der bringt ja wow hier gibt es oh mein gott rüstung beschädigt auch noch super ich glaube ich mache das mal mit pfeil nieder korrodiert das war der doppelbogen kann man den überhaupt kaputt machen keine ahnung oder muss man den hier durchdenken wow 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 jetzt kommt er zurück vielleicht ist aus dem grund der geheimraum hier ich glaube der geht nicht kaputt oder muss man den abflammen vielleicht gibt es irgendwelche feuer wochen ich habe keine ahnung genau squad gehen wir runter ich logg den mal hier rüber so jetzt gehen wir hoch einfach komm scheiß auf den oh oh wow 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 tja ich erreicher ja der der hier 100 noch etwas schaden macht ja ich glaube könnte es sein dass meine rüstung am arsch ist sehe ich das irgendwie so ein charakterbild schon wäre noch cool ja bei inventar dany so bringt er nichts da geht nur deine waffe kaputt ich krieg dir noch tot nein ja und deine rüstung jetzt bin ich ja nicht gekommen shit die prozent die prozent warte der die prozent die prozent die prozent Stimmt, da hab ich die wieder angezogen, weil die mit den... Jetzt lockst du dich doch nicht wieder da rüber. Au. Du bist doch scheiße mit Level 1. Dein Arsch. Dani, ich brauchst dich hier hinten als Tank. Hallo. HotzBob, willkommen zu mir. Oder gleich heiß. Kaputtmacher, du bist DD und Tank. Ich bin alles, ich bin der Hulk. Flo, ich warte noch. Ja. Achso, und solche magischen Reagenzien wären auch ganz cool. Da weiß ich jetzt endlich, die braucht man nämlich für die Zauber. Zum Beispiel für den Schallwellenzauber brauch ich Arcane Essenz. Cool, da wusste man vorher auch nicht, wofür die Dinger sind. Richtig. Was hab ich dann noch für Zauber? Ach, den Dreifachschuss, genau. Das brauch ich da. Tod durch Bogen, stimmt. Das war ja auch so eine Essenz. Ah, am Geheimgang gefunden. Super. Oh mein Gott. Ah, das war grad episch. So geil. Flop weg. Flop weg. Tja. Yeah, ich hab's geschafft. Ah, guck, das waren vorher die grünen Dürmer. Das gibt doch nicht nur weil der Arsch sich nicht an der Leiter festgehoben hat. Es waren vorher grüne Würmer, die haben vergiftet und es waren jetzt rote, guck. Nein, das ist der Hotzbobble schon wieder hier. Wart mal noch da. Hotzbobble. Nope. Yeah, ich hab's gehabt. Wart doch mal auf dem Fluch. Nein. Ich bin selber schuld, wenn er stirbt. Was sind denn hier? Das macht 2. Das macht 2. Das ist schon. Ah, da geht's weiter. Was macht das? Habt ihr den Schalttisch? 47 Schalten. Welchen Schalter? Achso, ja. Hier links oben. Warum geht's da rechts nicht weiter? Gibt's da ne Geheimtür vielleicht? Nein. Sicher? Ja. Achso, da ist ne Fackel, gell? Ja. Schau dir. Vielleicht kommen wir da später hin. Überspielt mal kurz die Stille, ich trink kurz was. Oh fuck. Was haltet ihr denn von den neuen Konsolen? Konsolen? Du meinst von der Playstation? Oh. Haha, du bist tot. Ah, da unten darf man nicht reinhüpfen übrigens. Hm, nein. Habt ihr beide ne Playstation? Ach, dann ist man da drüben. Äh, ich hab ne 3er, ja, aber... ...die 4er... ...kommt man momentan schwer hin. Ja, das ist richtig. Nein! Ich bin gleich bei euch. Bei euch, bei mir. Ach Flo auch? Bin ich der einzige mit... Ne, du bist einfach der einzige mit großer Rüstung. Äh, Leute, ich stehe hier grad in Stacheln. Ja, das ging mir auch grad so. Ich laufe hier grad durch Stacheln. So ging's mir auch grad, ja? Aber die zweiten Stacheln haben mich dann kaputt gemacht. Nö, ich konnte grad über die komplette Breite, ich musste nur hüpfen, weil sonst wäre ich ja nicht gestorben, damit ich da wieder rauskomme. Also, die nächsten, äh... ...den nächsten... ...sagt man's? Sarg, bekommt er Flo. Ja, ja, ja. Weil der muss grad schon ziemlich weit laufen. Wo bin ich jetzt da? So, ich hab ne Brücke freigeschaltet. Ah, 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 ah. Da bitte. Wie verdammte Neugier. Was denn? Da war ein Loch und ich wollte reingucken. Ah, ah, ah. Nur weil man nicht springt. Oh, wow. Heiß Faul. Ich bin ja die Waffen hier anders hin, die können die zwei... Der Fing ist falsch. Alter. Ich weiß, ich bin noch beim Hotzbobble da. Ja, ich warte auf euch. Wobei mit, mit Axtstab sozusagen geht die auch kaputt. Ja. Ah ja, okay. Autsch, Autsch. 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 Dumm, mein Tuttle. Ja. Aber in die Mitte komm ich jetzt nicht mehr, oder? Nee. Kannst mal da hinten rechts rein noch gucken? Da war irgendwie ne Schlange noch. Äh. Ja. Nein. Bei lauter Freude. Okay, dann... Ich schau mal ein kleines Stückchen weiter. Da hinten muss ich irgendwie leuchten halt so scheiße ich gerade. Ich leuchte hier so lange mal aus. Wixbobble. Schon wieder? Ja. Wie geht's gleich los mit euch? Göttlich. Also wenn das so weitergeht, dann schaff mal den Dungeon nicht in einer Stunde. Wow. Was up? Ich habe gerade irgendwas geschlagen und es rennt mir hinterher. Und ich bin gleich tot. Man sieht's. Ach, das war ganz schlecht. Ich habe keine Steilvorlage für deinen Muttelwitz. So, jetzt habt ihr mir aber immer noch nicht die Frage beantwortet mit der Playstation. Ich schon, ich habe eine 3er. Ja, aber würdet ihr euch jetzt die Playstation 4 holen, wenn... Jawoll. Wenn sie verfügbar wäre. Sofort, auf der Stelle. Ich schon. Sofort, okay. Und eine Xbox One, aber nur um sie dann vor den Fans auseinander zu bauen und zu zerstören. Das heißt, wir haben hier so eine geschlossene Meinung von der Xbox One. Ja. Okay, gut. Warum bist du gestorben? Weil ich sowieso vergisst...